Hallo, Dino. Hallo, Alex. Wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute mit uns Zahlen zu lernen? Super, dann fangen wir an. Lasst uns einen großen Turm aus all diesen Würfeln bauen. Das ist Würfel Nummer 1. Gut, nun der nächste. Das ist Würfel Nummer 2. Und nun folgt Würfel Nummer 3. Vorsicht, Dino. Das ist Würfel Nummer 9. Würfel Nummer 3. Nein, nein. Nach Nummer 3 kommt nicht Nummer 6. Sehr gut. Hier kommt Würfel Nummer 4. Nun kommt der Würfel Nummer 5. Jetzt Nummer 6. Nein, nein, nein. Das ist die Nummer 9. Gut gemacht. Und jetzt kommt die Nummer 7. Jetzt brauchen wir den Würfel mit der Nummer 8. Nein, nein, nein. Das ist die Nummer 9. Und ganz zum Schluss die Nummer 9. Gut gemacht, Dino und Alex. Und ihr habt einen tollen Turm gebaut. Und wir haben so viele Zahlen gelernt. Lasst sie uns noch einmal wiederholen. Auf Wiedersehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020